Wir sind doch im Dackel-Club, chill! Dackel-Club? Was macht man im Dackel-Club? Der steht in der ersten Seite! Ja, über Dackel, ja! Er war, hatte ich schon. Ja, das erste Mal ist pink-basiert, aber dann nachgekommen. Oh, wie er sich gezuckt hatte! Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt im Spiel. Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Boah, super! Geiler Jumpscare-Man, herrlich. Hallo! Stirb! Die zweite Fackel ist aus. Hallo! Hast du eine Bratwurst mit? Na klar, hast du Senf dabei? Ja! Das brennt doch! Was brennt? Senf? Ja, im Auge. Was? Oh, goddammit! Ich soll dir, dass du meine Bratwurst ins Auge klatschen. Okay! Ja, geil! Ja, geil! Das ist nicht geil! Ah, gut zu wissen. Das war doch das Teil des Deri-Fer-Ri-Dings. Weil es immer nur, woran geht es nicht. Wenn überhaupt. Ihr seid jetzt in meiner Falle! Oh nein! Slender! Wieso muss ich heute herlaufen, du Deo? Ihr kommt hier nicht mehr raus! Also mir ist das egal, ich bin hier drin, ist safe. Kannst du nicht machen. Du müsstest hier selbst die Tür aufmachen. Spick dich! Draußen an der Mauer ist... ...an der Page. Hier ist ein Apfel. Ernsthaft? Gehst du in den Tester? Man kann den Tester... Oh, Alter, da hat sich im Tester. Kann man durch die Scheibe durchgucken? Ich habe die Tür aufgemacht. Aber ich glaube, ich konnte auch durch die Scheibe durchgucken. Da unten ist eine Seite. Wo? Da runter springst du. Da ist links eine Seite. Ghosting. Ein. Hopse! Oh! Was?! 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 Zum Ruhengekommen, Mookie! Da hat sie direkt... AAAAAAAA! Das war schlecht. Und Ghosting. Ich war in diesem Raum schon drei Mal. Hat sich nicht geöffnet. Aber an der Seite abhängen keine Seite. Also ich kann nie der Seite abhängen. Mit Bomb-Om... Mit Bomb-Om... Da das Bild... Da... 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 Da ist grad jemand fertig mit den Nerven. Da ist grad jemand fertig mit den Nerven. Das ist der. Kannste abschießen. Rick, komm runter. Weil ich so krass bin, Alter. Wie heißt nochmal das SCP, wo man die Treppe runterlaufen muss? Was gab... Äh... Ich glaub der war so... SCP-89. Crazy. Was denn? Ey, das können wir auch mal spielen. Ich kann mich verloren. Ich glaub nicht. Es gibt davon auch... Junge! Das ist so krass. 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 Ich geh weg. Ich hab kein Licht, Alter. Ich hab schon vier Seiten. Yo! Hahahaha! Das war so krass! Hahaha! Der war mies! Der war so krass. Der war so krass. Der war so krass. Das kommen wir denn. Hahaha! Jumpscare. Oh fuck! Was gibt's für einen Slender? Also... Nö! Nö, nö! Wir haben einen Bot! Ja, einen Bot! Was ist denn der rein? Da steht der rein? Ja, eben. Gebt doch mal der rein! Hm? Doch crazy! Ähm... Das ist eine Zeitschaltuhr. Die müssen... Warte! 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 Mach das Ding zu! Mach das Ding zu! Mach das Ding zu! Der Slender ist da drin. Oh fuck! Echt? Willst du noch mal da rein? Geh mir noch mal rein hier. Mach ich mal auf... Ey, Slenders Kopf guckt durch die Wand. Und ich krieg Schaden. Ey, stimmt. Der guckt da. Stimmt. Oh mein Gott. Hier liegt ein Slenderleiche auf dem Boden. Mann, crazy. Ist eigentlich so ein Arsch, Mann. Ich habe gar nichts gemacht. Brüder, ich habe nichts gemacht. Die Leute sind da frei. Ey, nein! Ich habe nichts gemacht. Das Slender-Mein ist ein Bot. Hi. Das Slender-Mein ist wieder ein Bot. Blitz-Merke. Blitz-Merke. Naja. Was soll das auf einer Bratwurst? Wo mal Rick ran? Rick muss ja auch ran. Ja, Rick. Da unten ist ja so ein Auslag. Wo ist der Mond? Wo ist wohl der Mond? Wo ist wohl der Mond? Wo oben natürlich. Ach, da geht der Mond. Ich habe nur... Das ist Fax, Texture Pack. Ah, man kann hier eh nur eins benutzen. Ich dachte, ich könnte jetzt wirklich das Licht erschweren. Ich spiele gerne Ping-Pong. Ich weiß nicht, ob Sander dann sterben kann. Pass auf. Pass auf. Am besten da vorne stehen bleiben und wenn das ausgeht durchlaufen. Nicht so einen Abstand haben. Jetzt wird er nicht... Oh Leute. Ja. Wow. Das ist... Wow. Das ist... Das geht... Oh. Ich bin da nicht zu finden, Rick. Tu mir rein. Aber ich habe letztens deine gefunden. Sie ist als WhatsApp-Bild in WhatsApp gelandet. Woah. Der war mies. Der war mies. Der war mies. Der dreht der. Sie schaut doch nochmal rum. Oh. Der dreht der. Sie schaut doch nochmal rum. Oh. 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 Oh.